Sind Sie bereit für das Zermatt Unplugged? Zur Einstimmung präsentiert Swisscom ein exklusives Überraschungskonzert im einfahrenden Zug. Hallo zusammen, mein Name ist Andri. Ich spiele das ganze Wochenende am Zermatt Unplugged. Ich bin jetzt hier im Zug für euch. Das ist alles nur im Kopf. Wie der Herd von Love goes. No one else will.